Ja, hey Leute, willkommen bei 1, 2, 3, Schan! Unterwegs! Voller Power, voller Kraft und voller Energie bin ich heute wieder unterwegs. Hintergrund, die schöne Sieg zu sehen. Bin aktuell auf einer Mountainback-Tour heute. Ja, ich kann spontan meinen Schweden ein kleines Video machen und mich mal zu äußern zum Ukraine-Konflikt. Ja, Leute, was soll man dazu sagen? Jetzt haben wir wieder Krieg in Europa. Nach so langer Friedenszeit herrscht wieder Krieg in Europa. Aktuell haben wir 52 bewaffnete Konflikte auf der Welt. Dies hat bisher uns Europäer nicht interessiert. Warum auch? Es ist ja weit genug weg. Es stört uns nicht. Leute, egal auf welchen Punkt der Erde Krieg ist, Krieg ist immer die falsche Entscheidung. Krieg bedeutet Leid, Tod, Zerstörung. Und viele Menschen müssen unter Krieg leiden. Krieg hat bisher noch nie in der Menschheit-Geschichte eine Lösung gebracht. Das Problem aus meiner Sicht ganz einfach. Seit es uns Menschen gibt, haben wir immer uns gegen jetzt umgebracht, getötet, aus irgendwelchen Gründen Kriege geführt. Krieg sollte es auf dieser Welt nie mehr geben. Die Welt und die Gemeinschaft und wir alle sollten in Frieden zusammenstehen und leben. Doch wir Menschen sind in meinem Punkt einfach dumm. Wir können dies nicht. Warum kann der Mensch nicht in Frieden leben? Warum? Frage ich euch. Es ist mir einfach unbegreiflich, dass es immer wieder Kriege gibt. Aktuell braucht natürlich das in Medien ganz hochgezogen alles. Natürlich. Es ist absolut schlimm. Man kann das absolut verurteilen, was Putin da macht. Aber der einzelne Russe, der Mensch, der in Russland lebt, der in Deutschland lebt oder auf der Welt lebt, der normale Bürger, kann dafür überhaupt nichts. Man sollte sie nicht anfeinden und nicht verurteilen. Der Einzige, den man vielleicht verurteilen sollte, ist Herr Putin. Und den Westen natürlich. Der Westen hat auch schon sehr viele Kriege begonnen. Vor allem unsere Freunde, die Amerikaner. Vietnamkrieg waren sie. Im Irakrieg waren sie. Es sind viele Kriege angefangen. Viele Kriege auch mit Lügen aufgebaut, um Gründe zu haben, um da einzumarschieren und Kriege zu führen halt. Dies ist der falsche Weg. Dies wird immer der falsche Weg, dann Kriege zu führen. Jetzt zu Herr Putin. Klar, Herr Putin wird aktuell in den Medien als böse dargestellt. Als der Teufel. Es mag da sein, dass Putin absolut diesen Weg falsch geht, aus meiner Sicht. Das ist kein Zweifel. Das darf er nicht machen, Herr Putin. Krieg ist nie eine Lösung. Aber man muss sich auch mit der Geschichte befassen und nicht alles den Medien zu 100% glauben. Forscht selber nach. Versucht euch Infos rauszuholen und euch mal ein klares Bild zu schaffen. Dieser Krieg in der Ukraine findet schon seit 2014 statt. Wie viele wissen. Aber warum? Findet das heraus. Schaut es an, bevor ihr eures Urteil bildet. Und Hass auf die russische Bevölkerung kriegt. Selbst die russische Bevölkerung kann für sowas überhaupt nichts, aus meiner Sicht. Natürlich hilft es in der Zukunft der Krieg in der Ukraine endet, dass wir alle wieder in Frieden leben dürfen. Dass die Bevölkerung der Ukraine auch wieder zurückkehren kann in ihr Land, es wieder aufbauen kann. Ja, und glücklich leben kann, wie wir aktuell in Deutschland. Ich bitte allen Politikern hier drum, alles zu tun, dass wir in Europa in Frieden leben können. Auch die Politik im Rest der Welt sorgt dafür, dass alle anderen Menschen auf diesem Planeten in Frieden leben können. Zum Beispiel Herr Putin. Ich weiß gar nicht, was ihr wisst, aber Herr Putin hat hier selber jahrelang in Deutschland gelebt. Ich glaube, ca. 5 Jahre lang in Dresden hat er gelebt. Putin spricht extrem gut Deutsch. Putin hat ein gutes Verhältnis zu uns. Natürlich hat Putin viele Fehler gemacht und viel Scheiße gemacht, aus unserer Sicht. Aber der Westen genauso. Deswegen entstehen immer wieder neue Konflikte. Irgendwie glaube ich, dass der Westen immer einen bösen Buben braucht, um ihre eigenen Sachen zu gerechtfertigen. Leute, was soll ich dazu noch sagen jetzt? Ich kann euch nur eines sagen. Es ist immer wichtig, dass man in Frieden lebt und keine Kriege führt. Kriege führen zu nichts. Kriege führen nur zu Leid, zu Vernichtung, zu Terror. Und das ist nicht die Lösung. Der Mensch muss endlich lernen, in der Zukunft in Frieden leben zu können. Lass uns mal ein kleines Date mit mal zum Ocarina-Konflikt. Denkt immer dran. Lasst euch nicht so extrem beeinflussen von anderen Menschen. Bildt eure eigene Meinung. Holt euch eure eigenen Infos und urteilt dann erst dann, bevor ihr euch von den Medien manipulieren lässt die ganze Zeit. Ich persönlich habe nichts gegen die Medien. Ich persönlich bin absolut für die Pressefreiheit auf der Welt. Aber man muss sich immer seine eigene Meinung bilden und erst mal gucken, warum es zu Kriegen kommt. Die Ursprünge herausfinden. Und dann erst Urteil. Das ist mein kleines Statement, Leute. Euch weiterhin einen schönen Tag. Ich wünsche weiterhin der Welt in der Zukunft Frieden. Frieden für immer. Das war das Statement von 1, 2, 3 Schaden vom Ocarina-Konflikt. Bis dahin, Leute.